Du hast angemerkt, habe ich ein paar Milliarden gesagt, also weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da verhaspelt habe, wenn dann meine ich natürlich ein paar Millionen Leute, aber solche Forderungen gab es ja auch, das ist glaube ich eine halbe Million Leute gab es irgendwie, die in Deutschland illegal sind oder so oder irgendwie so war die Zahl und dann wurde trotzdem gesagt von wir wollen ein paar Millionen abschieben, wo man sich dann auch fragt, also du willst auch Leuten den Pass wegnehmen und die wieder rausschmeißen oder Leute, die halt andere EU-Bürger sind, irgendwie dazu zwingen. Das könnte man AfDler dann fragen und wenn sie dann sagen, ja wir wollen den Pass wegnehmen, okay das ist rechtsstaatsfeindlich, dann kannst du sie dafür kritisieren, das habe ich ja auch bei Schlomo gemacht, als er bei uns zu Gast war, aber das wollen die wenigstens AfDler, also Maximilian Krach hat ja explizit gesagt, man will sich an alle rechtsstaatlichen Grundsätze halten und niemanden beispielsweise einen Pass wegnehmen. Aber meinst du denn alles, was der sagt, meint der exakt genau so und hat der vor, genau so umzusetzen? Warum habe ich einen Grund das Gegenteil anzunehmen? Also wenn mir jemand in der Partei beispielsweise ein Programm vorlegt, wo sie sagt, wir wollen Steuersenkungen oder nehmen wir mal den Euro-Austrittsplan der AfD, wir wollen aus dem Euro austreten und gleichzeitig soll der Staat keine neuen Schulden machen. Also wir reduzieren die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse durch einen Wechselkursmechanismus auf null und gleichzeitig machen wir keine neuen Schulden. Dann weiß ich, dass ich verarscht werde. Dann kann ich das inhaltlich sehr gut begründen. Wenn jemand aber sagt, so und so wollen wir mit Deutschland lebenden Ausländern umgehen, welchen zwingenden Grund habe ich jetzt, warum das nicht stimmen sollte? Ja, weiß ich nicht. Also einerseits fände ich es ziemlich daneben, damit Stimmen zu holen, wenn man es nicht vorhat. Andererseits noch asozialer fände ich es durchzuziehen. Also fände ich beides nicht so gut. Nee, aber welchen Grund habe ich es nicht zu glauben? Also wenn er was sagt? Ich glaube halt einfach, dass generell bei der AfD jetzt oder bei dem Vorfeld es einige Vorfälle gab, wo man dachte, na, ich glaube, die spielen da nicht so ganz sauber und ich glaube, die versuchen irgendwie mit irgendwelchen unlauteren Mitteln irgendwelche Debatten zu gewinnen. Und ich glaube, da ist halt viel Taktik dahinter. Also gerade wenn du in der Opposition bist, dann musst du ja ganz anders taktisch vorgehen. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was die angeht und denke, na, vielleicht tut man sich da keinen Gefallen mit. Was heißt Gefallen? Also wenn du mit jemandem sprichst und Argumente austauschst, dann, also inwieweit kannst du dir dann keinen Gefallen tun? Also wenn er Widersprüche in seinen Aussagen haben sollte, dann kannst du ihn ja darauf festnageln. Also gerade deswegen musst du ihn dann ja im Diskurs stellen. Gerade deswegen solltest du ihn ja reden lassen. Aber werden die denn öffentlich das reden, was sie wirklich denken? Ja, die Unterstellung, die kannst du jedem machen. Also du kannst auch Christian Lindner unterstellen, dass er morgen eine neoliberale Diktatur einführen will. Also kannst du ihm unterstellen sicherlich, aber dafür bräuchtest du ein Zitat oder sowas. Und einfach nur ja in der neoliberalen Ideologie. Da hat beispielsweise Hayek gesagt, er würde einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung vorziehen. Da ist dann Liberalitätmangel. Die Neoliberalen haben Pinochet unterstützt. Also ist jeder Neoliberale eigentlich ein Anhänger Pinochets. Wenn du es dir so einfach machst, sehe ich einfach nicht. Nee, 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 so nicht. So einfach ist es nicht. Ich würde das jetzt schon nur auf die beziehen, auf diese eine kleine Gruppe oder auf diesen Schnellroderkreis oder so. Ich traue denen halt nicht so über den Weg, dass es da mit rechtsstaatlichen Mitteln zu sich geht und dass die wirklich nur das sagen, was sie alles denken. Und ich glaube, die werden an ihren Stammtischen noch einige Sachen sagen, die sie halt in einer Fernsehtalkshow oder auf einer Bühne dann vielleicht doch bleiben lassen. Glaubst du, eine Nancy Faeser ist ehrlich zu dir, wenn du sie über rechtsstaatst? Siehst du? Und jetzt Leute, die einer Nancy Faeser positiv gegenüberstehen. Das ist beispielsweise unsere Walk-up-Twitch-Bubble hier. Glaubst du, du kannst sie einladen und sie sind dann ehrlich zu dir, was den Erhalt unserer Demokratie angeht? Ja, aber da gibt es ja nicht nur eins und null. Also ich weiß nicht. Also Nancy Faeser mag ich auch nicht besonders, aber sie ist mir dann doch ein bisschen lieber als so ein Höcke oder sowas. Die hat das Beamtenrecht umgeschrieben und die Unschutzvermutung abgeschafft. Durch das Demokratiefördergesetz soll die Meinung, also ist ja schon so ein orwellianische Nomenklatur bei der Gesetzesbenennung, Demokratiefördergesetz, da soll die Meinungsfreiheit massiv mit eingeschränkt werden. Also dann kannst du bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Es soll neue Zensurgesetze geben. Es gibt schon das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, bald soll der, okay, das ist jetzt EU-Ebene, der Digital Services Act, der soll bald kommen, womit die Zensur von beispielsweise unseren Kanälen sehr viel leichter werden wird. Also das sind keine guten Entwicklungen und da jetzt... Natürlich nicht. Ja. Ist halt aber schwer zu vergleichen. Der eine ist halt an der Macht und der andere will an die Macht. Und wie die Welt anders gewesen wäre, wenn man da jemand anders hingesetzt hätte. Natürlich kannst du dem auf den einen wütender sein, weil der jetzt halt gerade da ist. Genauso wie ich auch die CDU all die Jahre nicht gut fand und fand, dass die viel Schaden angerichtet haben. Ich glaube halt nur, anderen ist halt auch nicht zu trauen, dass man denen nicht unbedingt dabei helfen sollte, die zu ersetzen, sondern vielleicht sich da schon ein bisschen genauer abgrenzen und sagen, also guck mal, wenn du mit einem Bartonek zum Beispiel sagst, mit dir rede ich nur über folgende Themen, dass man das vielleicht bei anderen Leuten auch macht, dass man da sagt, gemacht wird. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Das hat mit seinem Verhalten zu tun. Das hat nichts mit seiner Ideologie zu tun. Wenn er bereit zu einer inhaltlichen Debatte gewesen wäre, wenn er mich nicht moralisch abgewertet hätte, wenn er nicht gefordert hätte, Leute, politische Gegner von ihm aus dem Diskurs auszuschließen, wenn seine Gespräche nicht daraus bestehen würden, dass er einem das Gegenteil dessen unterstellt, was man ihm eben gerade gesagt hat. Also wenn er bereit zu einem Diskurs gewesen wäre, dann hätte ich natürlich diskutiert, aber das ist er ja nicht. Also wenn jemand nicht bereit zu einem Diskurs ist, kannst du mit ihm nicht reden. Wenn jemand bereit ist, dann kannst du mit ihm reden. Und die Leute aus der Honigwabe, die waren bereit. Jemand wie Bartonek oder Neithal ist es offensichtlich nicht. Und ich bin auch in die Gespräche immer noch zu gut Feld reingegangen. Ich habe die beiden viel zu sehr ausreden lassen. Ich habe sie viel zu sehr ihre Punkte erläutern lassen. Ich hätte da nach 15 Minuten rausgehen sollen. Ich hätte aufzeigen sollen, wie antidemokratisch totalitär diese Ideologie ist. Aufzeigen sollen, dass das unsere politischen Gegner sind. Aufzeigen sollen, dass die nichts wollen, außer uns zu schaden durch diese ja moralischen Vorwürfe, die letztlich auch nichts außer Unterstellungen gründen. Und danach hätte ich das Gespräch verlassen sollen. Also da, mit diesen Leuten kannst du nicht reden. Weil sie sich eben, weil sie eben kein, also weil sie nicht an einem Diskurs interessiert sind. Weil sie gar keine Argumente austauschen wollen. Also diese Leute sind jetzt Neithal, Bartonek und Leute, die denen folgen oder die mit denen gemeinsam streamen? Leute, die sich so verhalten. Und bisher hat sich jeder Walk-E-Streamer, ausnahmslos jeder, mit dem ich zu tun hatte, mir gegenüber so verhalten. Hm. Meinst du, das ist gesetzt, dass das auch so bleibt? Und ist das irgendwie deren tiefe Überzeugung? Das ist nur meine Erfahrung. Also ich kann nicht ausschließen, dass es einen Walk-E-Streamer gibt, mit dem man normal reden kann. Aber bisher bin ich ihm noch nicht begegnet. Bisher habe ich auch noch keinen gesehen, der auf mich reagiert hätte und der irgendwie noch normal im Kopf wäre. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir beim Talk mit Neithal beispielsweise auch was anderes erhofft. Also der hatte auch vor unserem Gespräch, wirkte der gesprächsbereiter als im Gespräch. Da war der dann ja doch ein bisschen, also ja, es ist jetzt auch wieder eine Weile her. Ja, das war ja dann auch ein bisschen unangenehm, als ich mit dem geredet habe. Bei euch war es, glaube ich, noch krasser. Da hat er irgendwann aufgelegt und sowas. Naja, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie mehr Hoffnung, dass die Leute sich dann doch nochmal fangen und man irgendwie mehr auf einen Nenner kommt als bei gewissen anderen Leuten. Aber du kannst das auch gerne anders sehen. Ja, man muss ja nicht überall einer Meinung sein. Das ist ja auch das Interessante bei den Rechten. Wenn du da, keine Ahnung, die kommunistischsten Punkte raushaust, dann haben die damit erstmal überhaupt kein Problem. Die widersprechen dir inhaltlich, also sie versuchen nicht dann dich zu diffamieren. Wenn du das bei den Walkies machst, dann versuchen die dich gleich als Rechtsradikalen darzustellen und aus dem Diskurs auszuschließen. Und das ist doch ein sehr krasser Unterschied. Aber ich glaube, damit kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich anders gesehen habe. Du meintest, ich würde alternative Medien zu positiv sehen. Also erstmal sehe ich das natürlich anders. Es ist ja klar, wenn du, also es ist ja klar bei meinem Verhalten, aber ich finde, wir sollten keine Angst vor alternativen Medien haben. Und ich finde, wir sollten diese, also die Dinge, die sie darstellen, zumindest vernünftige alternative Medien, wir müssen ja jetzt natürlich nicht irgendwelche neoliberalen oder kriegstreiberischen Artikel aus Neos hier vorstellen und seht, ja, das ist ein alternatives Medium. Schaut euch das mal an. Nein, das ist genauso schlimm wie das, was euch der Mainstream präsentiert. Haltet euch davon, seid da genauso vorsichtig wie beim Mainstream, aber bei alternativen Medien, die, wie gesagt, sich für Frieden einsetzen, die eine andere Sicht auf andere Länder bringen. Beispielsweise Russland ist ja gerade das wichtigste Beispiel, aber auch auf den Iran, auf grundsätzlich außenpolitische Konflikte oder eine andere Sicht auf Wirtschaftspolitik. Ich meine, da gibt es ja auch Magazine wie Relevante Ökonomik, das Makroskop, das Jackerman Magazin. Also da sollte man jetzt nicht Angst vor haben, sondern da sollte man wirklich den Kontakt suchen. Da sollte man versuchen, diese Stimmen darzustellen und sich damit, ja, sich damit auseinanderzusetzen und da auf keinen Fall irgendwelchen Abstand zu wagen. Man sollte keine Angst vor Kontaktschuld oder Ähnlichem haben. Das war da eigentlich nur meine Position zu. Also an sich würde ich jetzt auch sagen, alternative Medien an sich komplett ablehnen können wir ja gar nicht, sind wir ja selber. Also wir sind ja hier kleine, unabhängige Streamer. Gut, wir sind auf einer großen Plattform, aber wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie bei einem großen Verlag angestellt. Also wir werden garantiert auch irgendwie unter alternative Medien fallen, deswegen jetzt nicht per se. Ich glaube halt nur, es gibt in den sogenannten alternativen Medien dann auch so ein paar, die, ja, die auch wirklich halt nichts Gutes im Schilde führen und die vielleicht nach außen sagen, dass sie für Frieden oder für Freiheit sind. Das klingt ja auch immer ganz gut, deren Forderungen aber, ja, im letzten Resultat dann nicht unbedingt Frieden oder Freiheit bedeuten würden. Und dass die, ja, weiß nicht, man sagt dann, hey, red doch mal nett mit Russland, das sind tolle Leute. Und dann kommt Russland vielleicht da doch ein bisschen besser weg, als sie eigentlich wirklich drauf sind, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wir können ja mal den Namen nennen. Thomas Röper beziehungsweise Dominik Reichert und Antti Spiegel. Also das war ja das Beispiel, was ich im Talk mit Martonek hatte. Ich habe mir die nicht genau genug angeguckt. Pro-Russisch. Also das kannst du, glaube ich, schon sagen. Okay, die sind pro-Russisch, das sagst du selber. Sagt Dominik Reichert von sich selber, wenn du ihn fragen würdest. Aber die liefern die andere Sichtweise, die hier in den Medien gar nicht vorkommt. Also dadurch, dass sowas wie RT gesperrt wurde, haben wir halt nur noch so, wie gesagt, das, was wir haben, ist noch das Neutralste, was du hier irgendwie hast. Und auf der anderen Seite hast du dann nur noch NATO-Propaganda. Und wenn du halt auf der einen Seite NATO-Propaganda, auf der anderen Seite russische Propaganda, russische Propaganda dann sowieso weniger, weil die ganzen transatlantischen Thinktanks ja in alle Mainstream-Medien reinregieren. Und weil alle Mainstream-Medien amerikanischen Investoren gehören, also die ganzen Machtmechanismen, die brauche ich da jetzt nicht nur mal einzeln aufzählen. Aber die russische Propaganda, die hat ja sowieso nur einen viel kleineren Anteil im Diskurs ausgemacht, als die transatlantische Propaganda. Und wenn du halt beide Sichtweisen hast, dann siehst du, dass unsere Sichtweise in der Mitte steht. Wir sind aktuell am äußersten prorussischen Rand des Overton-Fensters. Wenn beide Propagandas, sage ich mal, im Diskurs vorkommen und an den Rändern des Overton-Fensters sind, dann sind wir plötzlich in der Mitte des Overton-Fensters. Und das sollte unser Ziel sein, damit sich die Politik mehr in Richtung Frieden, mehr in Richtung Ausgleich bewegt, was wir ja wollen. Also ich meine, wir sind ja nicht prorussisch, sondern wir sind einfach für friedlichen Umgang der Völker untereinander. Okay, also es war jetzt sehr viel. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du sagst, die eine Propaganda ist so verbreitet, dass die andere Seite zu kurz kommt, also dann bringt das ja nichts, die andere Seite zu pushen, damit du irgendwie, also ich glaube, du stellst dir das dir vor, du hast ein Gegengewicht, aber vielleicht hast du dann auch nur eine Eskalationsspirale, dass dann die Spaltung noch weiter passiert. Weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die so wie wir sich mal Öffentlich-Rechtliche angucken, mal Spiegel angucken und mal Ken Jebsen angucken. Oder Kayvans, so wie es Jawasch heißt der jetzt. Also ich kann gerne gestehen, ich gucke bei beidem manchmal rein und gucke mir mal dies und mal jenes an und versuche da auch ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten, wer diese Leute jeweils sind und wofür sie stehen und wer dahinter ist. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt jeder macht und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich dann so ein Team aussuchen und die sind dann entweder, sind sie totale Fans vom ZDF und sagen, alle anderen sind Schwurbler, die wollen wir nicht, oder die sind halt Vollteam-Schwurbler und sagen, alles, was ZDF und Spiegel sagen, das ist immer gelogen. Also wenn man einen Kanal schon Anti-Spiegel-TV nennt, ist das ja schon eigentlich ein klares Statement. Und ich glaube, da gibt es dann leider ein bisschen Leute, die sich da ja einfach ein Lager aussuchen. Und du hast das ja in der Pandemie auch ganz stark gesehen, dass es da sehr viele Leute gab, die gesagt haben, ich mache einfach alles, was die Regierung sagt und alles, was irgendein Experte sagt. Und manche sagen, du wirst da irgendwie mit der Spritze umgebracht und was dann in gewissen Telegram-Gruppen passiert. Und die Seite, die einfach sagt, na ja, vielleicht gibt es die Krankheit, aber manche Maßnahmen sind vielleicht auch verkehrt oder so. Die ist ein bisschen kurz gekommen, die Seite, weil das, ja, weil halt beide Seiten sich an den Rändern so stark aufgebaut und beschossen haben. Und wenn du irgendwo in der Mitte warst, dann warst du im Grunde der Feind für beide. Corona ist ein sehr gutes Beispiel, was du da gerade wählst, denn das zeigt, dass wir irgendwie verlernt haben zu diskutieren. Und bei Corona, da war es ja der Mainstream, der sich abgeschottet hat, der dann, also das radikalste an Kritik, was an der Corona-Politik irgendwie vorkommen durfte, war dann Hendrik Streeck, der dann von der MyLab zurechtgewiesen wurde, was er sich denn eigentlich einbildet, hier schnellere Lockerungen zu fordern beispielsweise. Und dass dann überall so Werbung für die Impfpflicht gemacht wurde mit Argumenten, die ja offensichtlich, also zwei Monate später für alle offensichtlich falsch gewesen waren. Und man sich fragt, wie konnte da so eine organisierte Kampagne stattfinden? Also da wäre es wahrscheinlich schon gut gewesen, wenn das Overton-Fenster breiter gelassen hätte und noch andere, noch kritischere Meinungen zugelassen hätte, dann hätten sich vielleicht auch nicht so viele Leute in irgendwelche obskuren Telegram-Gruppen verirrt, wo dann tatsächlich Unsinn geredet worden wäre. Also wenn man breiteren Diskurs zugelassen hätte, dann wäre die Gesellschaft wahrscheinlich weniger gespalten gewesen und nicht mehr. Ja, also natürlich, da ist einiges nicht gut verlaufen. Da stimme ich dir voll zu. Ich meinte das jetzt gerade nur als Beispiel dafür, dass Leute sich, dass Leute doch sehr stark dazu neigen, sich so ein Team auszusuchen und das andere Team dann kollektiv verurteilen. Weil ich glaube, dass bei allen Seiten hin und wieder mal was dabei ist, bei manchen vielleicht ein bisschen seltener, bei manchen ein bisschen häufiger, wo schon irgendwie Wahrheit dran ist oder wo man auch sagen kann, gut, bei den ein, zwei Punkten weiß ich, der ist irgendwie, da ist der ein bisschen seltsam drauf, aber bei den anderen Punkten höre ich doch gerne zu. Ja, ja, also, aber wenn du, also wenn du das verringern willst, dann hilft es ja eigentlich nur, die Teams in den Dialog entgegeneinander antreten zu lassen und nicht ein Team quasi dann komplett aus dem Diskurs auszuschließen. Also das, damit bringst du die Leute ja quasi dazu, entweder sie hören auf dem Mainstream oder sie verabschieden sich komplett aus dem Diskurs und dann hast du halt da Radikalisierungstendenzen, die du verhindern könntest, wenn du den Diskurs halt aufrechterhalten hättest. Ja, aber was ist denn, wenn ein Team dabei ist, was eigentlich nur das Interesse hat, die anderen Teams kaputt zu machen? Das ist sehr, sehr pauschale Sichtweise, die jetzt nur bei dieser, wie gesagt, NATO-Propaganda in Teilen sicherlich richtig ist. Da gibt es Leute, viele Leute dabei, die sämtliche andere Meinungen aus dem Diskurs ausschließen wollen. Deswegen ist es ja zur Zensur von Russia Today beispielsweise gekommen. Dann sollten wir das kritisieren und uns dafür einsetzen, dass alle gehört werden. Also ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel meinst du denn konkret? Na, wenn du halt stark rechtsradikale Kräfte hast beispielsweise. Ja, die sind ja gesellschaftlich irrelevant. Also darüber brauchen wir nicht reden. Die gibt es ja in Deutschland in relevanten Ausmaß gar nicht. Also da sind ja auch, wenn man es jetzt als alternatives Medium betrachtet, es gab ja auf YouTube zum Beispiel auch solche Formate wie, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, irgendwie Multikulti trifft, Nationalismus oder sowas, wo sich dann, ich glaube, das war ein Musiker von Stahlgewitter oder so, mit irgend so einem Schwarzen hingestellt hat und gesagt hat, guck mal hier, ich bin ja gar nicht so gemein zu dem. Oder es gab eh so einen Talk kürzlich mit irgend so einem NPD-Mitglied, was irgendwie Döner essen gegangen ist mit so irgendwelchen, ich glaube, waren das irgendwie aus der Rap-Szene oder so, irgendwelche YouTuber. Und die wollen sich dann so präsentieren, dass sie sagen, es gibt hier dieses Klischee, dass wir irgendwie Migranten als minderwertige Menschen ansehen, aber wir sind ja gar nicht so. Guck mal hier, ich stehe neben ihm und bin ganz nett zu ihm. Ich glaube halt, dass die sich nur so lange so verhalten, wie sie nicht in der Mehrheit sind. Und sobald die irgendwo was zu sagen haben, würden dann schon, glaube ich, manche Leute ganz andere Töne anschlagen und doch mal ein bisschen härter durchgreifen oder ein bisschen Gewalt anwenden gegen andere Leute. Du redest hier gerade von einem ziemlich irrelevanten Beispiel. Das ist genau das, was ich meinte. Die NPD sitzt in keinem Landtag, sie hat nicht mal einen Sitz im Europaparlament. Also die Tierschutzpartei ist relevanter als die NPD in Deutschland. Ja gut, jetzt aktuell. Die AfD hat denen, glaube ich, auch einige Stimmen weggenommen. Also AfD ist halt auch ein schwieriges Feld, weil das ist eine zu große Partei eigentlich, um die über einen Kamm zu scheren. Da sind ja auch verschiedene Strömungen drin. Da hast du natürlich solche Leute wie von der Anfangszeit, solche Lukas und so, die einfach irgendwelche neoliberalen Wirtschaftsleute sind. Dann hast du da eine Gruppe an Christen und eine Gruppe an diese Adligen wie von Storch und so, die irgendwie die Adligen wieder pushen wollen. Aber du hast halt auch eine starke rassistische Strömung da drin. Und ich weiß halt nicht, ob man da sagen kann, na ja, zu mir ist er ja nett. Ja, bei Rassismus, das ist ja was, was du im Diskurs widerlegen kannst. Da haben unsoziale Marktwirtschaft und ich zuletzt auf ein Video von Schattenmacher und Schlomo reagiert, wo die so eugenische Thesen rausgehauen haben und wir haben das dann inhaltlich widerlegt. So was kannst du ja machen. Ja, finde ich ja auch gut. Ja, da musst du mit den Leuten in den Diskurs treten. Da musst du auf die Inhalte reagieren oder sie halt direkt einladen. Ja, ja gut, wenn man sie genau zu solchen Themen einlädt, dann kann man das natürlich machen. Man muss dann halt aber auch gewappnet sein, das richtig hinzukriegen. Also ich will dir da jetzt auch gar nichts unterstellen, dass du das an sich nicht kannst. Ich kann nur jeden verstehen, der irgendwie sagt, ich selber habe da keine Lust drauf, weil ich glaube, die gehen halt nicht so mit fairen Mitteln rein, wie wir das jetzt machen würden. Ja, wie gesagt, ich würde da nichts unterstellen. Das kannst du bei jedem einzelnen Charakter ja schauen. Du siehst ja, wie die sich öffentlich verhalten. Also bei AfD-Politikern, bei rechten Influencern ist es ja nicht so, als dass die sich nur für Debatten mit anderen Leuten aus dem Haus trauen würden. Und dann, also du hast ja von denen Dutzende, Hunderte Online-Auftritte, wo du sehen kannst, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Das ist ja mehr oder weniger ein offenes Buch. Und genau so gehe ich ja auch bei anderen vor. Und wenn ich dann sehe, da will mir jemand Dinge unterstellen, die nicht stimmen, da will mir jemand ein moralisches Standgericht bereiten, um mich dann aus dem Diskurs auszuschließen, da will mir Positionen unterstellen, die nicht stimmen, dann schaue ich, ob ich die Möglichkeit habe, das im Talk dann out zu callen oder ob ich dann lieber auf einen Talk verzichte. Und das ist immer, also das ist immer wichtig, mit wem redet man da. Und da muss man sich die Person schon angucken konkret. Da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Also einer im Chat schreibt schon wieder gerade, ich sei naiv, ich weiß nicht, wo ich naiv sein soll. Also bitte sagt es mir mal konkret. Ihr könnt auch gerne euch im Chat beteiligen, wenn ihr wollt. Also ja, ich habe hier auch kein Skript oder sowas. Das sind alles irgendwelche losen Gedanken, die ich mir über die Zeit so gemacht habe. Oder manches war ja auch in dem letzten Video, was ich von dir geguckt hatte. Ich sehe halt gerade so Entwicklungen, es ist natürlich auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass ja, also die Gesellschaft sich in manchen Teilen natürlich wieder auch aneinander annähert, aber an anderen Teilen sich auch ein bisschen weiter spaltet. Und wenn du gewisse Leute einlädst, die zu dir nett sind und dir nichts versuchen zu unterstellen, ich glaube halt auch, dass das Leute sind, die ja dir persönlich gegenüber nicht böse eingestellt sind, aber gewissen anderen Leuten, die denen halt nichts getan haben. Ich meine, du bist halt auch ein weißer Deutscher. Deswegen haben die ja mit dir vielleicht auch nicht so das Problem. Ich weiß nicht, ob die genauso freundlich mit dir in den Diskurs gehen würden, wenn du irgendwie Ali heißt oder wenn du schwarz wärst oder so. Und dieses moralistische Politikverständnis finde ich absolut katastrophal. Du findest immer irgendeine Opfergruppe, gegen die ein Politiker dann vorgehen will oder vermeintlich vorgehen will. Das wird ja auch heutzutage mehr unterstellt, als es dann tatsächlich stattfindet. Und dann kannst du den aus moralischen Gründen ablehnen oder du stellst irgendwelche moralischen Axiome auf und wenn jemand dagegen verstößt, dann ist der böse und dann kannst du ihn aus dem Diskurs ausschließen. Also das finde ich sehr, sehr gefährlich. Du hast vorhin verfassungsfeindlich genannt. Okay, das wäre noch ein relativ hartes Kriterium, was wohl auch auf 99 Prozent der AfD wahrscheinlich nicht zutreffen würde. Jedenfalls nach den öffentlichen Äußerungen, wie gesagt, unterstellen kannst du den natürlich immer viel, wenn der Tag lang ist. Aber ja, ja, das, also, wenn du mit so einem... Höcke wurde jetzt kürzlich erst verurteilt wegen einem Slogan, den er da gebracht hat. Also hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja, aber da gibt es grünen Politiker, die haben schon schlimmere Sachen gesagt und die wurden nicht verurteilt. Also Baerbock hat sich wie ein O-Politiker auf ihren Großvater bezogen, der ja schon mal gegen die Russen gekämpft hat. Echt? Wann hat sie das denn gemacht? Ich glaube, da hat sie eine Rede in Polen gehalten. Müsste ich noch mal nachgucken. Okay, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja, weil darüber nicht so viel berichtet wurde. Über Höcke wird viel berichtet. Ja, also da hat er dann ja auch irgendwie, da wurde sich dann rausgeredet, vielleicht wusste er das nicht und vielleicht war das aus Versehen, sorry, das glaube ich bei einem Geschichtslehrer einfach nicht. Also ich glaube, er wusste, was er da gesagt hat und er wusste auch, warum er das gesagt hat. Wie gesagt, das haben dann Gerichte zu entscheiden. Ja, ist auch die Frage, inwieweit man sowas wie Volksverletzung überhaupt unter Strafe stellen sollte. Also da gibt es ja auch solche Urteile wie gegen KuchenTV, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, wo man sich fragen muss, muss das jetzt unter Strafrecht fallen? Deswegen ist das immer, also ich tendiere eher dazu, Meinungsfreiheit zuzulassen, anstatt sie einzuschränken. Also ich bin in vielen Punkten in der Hals ziemlich liberal. Ich sehe da keinen großen Vorteil, das soweit einzuschränken, aber das ist nochmal eine andere Debatte, brauchen wir jetzt gar nicht für. Ich glaube bei KuchenTV aber nicht, dass der ähnliche Ziele hat oder ähnliche Ideologien. Bei KuchenTV denke ich halt einfach, das war ein edgy Teenager oder ich weiß nicht genau, wie alt er da war, vielleicht war er da auch schon irgendwie über 20, aber halt ein Jugendlicher, der schocken will und der ein bisschen durchs Internet geht und edgy Witze macht und so, dass man den jetzt da unter dem Straftatbestand verurteilt, fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, aber du kannst, also das Recht muss für alle gleich gelten. Also das Recht muss unabhängig von deiner Ideologie gelten. Sonst geraten wir hier in so eine stark politisierte Justiz, die dann bestimmte Gruppen härter herannimmt als andere und wenn dann die falsche Regierung einer macht, dann kann es sein, dass unsere Gruppe schneller herangenommen wird. Das sehen wir ja zu einem kleinen Teil gerade. Aber es ist ja immer Auslegungssache. Also du würdest ja immer bei, wenn du jemanden vor Gericht setzt, sagen, okay, unter welchen Umständen, warum macht er irgendetwas, wie verhält er sich sonst so, also wie zurechnungsfähig ist der und wenn du dann sagst, okay, das ist hier irgendwie so ein 20-Jähriger, der auf Facebook und YouTube ein bisschen provozieren möchte, dann ist es halt seltsam, wie wenn man den gleich bestraft, wie das ist ein Politiker, der Geschichtslehrer gewesen ist und wo man halt schon sich eher denken kann, warum sagt er sowas. Ja, wie gesagt, über diese Einzelfälle brauchen wir jetzt nicht groß reden, aber zum Abschluss, wie gesagt, dieses moralistische Verständnis, da hat jemand was gesagt, was gegen bestimmte moralische Axiome verstößt, was so einer moralischen, höhergewichteten Opfergruppe schaden könnte. Wie gesagt, ist dann sehr häufig eine Unterstellung. Das finde ich sehr problematisch, weil das schon die Grundlage für die Zerstörung des freien Diskurses bildet. Ich meine, die Walkies, die wollen uns dann nämlich mit der gleichen Begründung aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn wir diese Waffe anfangen gegen Gegner einzusetzen, also wie gesagt, ich finde das schon auf grundsätzlicher Ebene falsch. Ich kann ja jetzt nochmal ein politisches Argument bringen. Also das werden unsere Gegner morgen dann gegen uns wenden, wenn wir versuchen, das gegen unsere Gegner einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das von uns abhängt, ob die das machen, weil die machen das ja, glaube ich, unabhängig davon, oder? Ja, die Anerkennung demokratischer Standards beruht auf Reziprozität. Also, dass der beispielsweise eine Seite nicht das Bundesverfassungsgericht, wenn sie gerade eine große Mehrheit hat, mit ihren Kandidaten besetzt, und da dann, keine Ahnung, Parteisoldaten der CDU hinsetzt, die dann immer so urteilen, wie die CDU es gerade will. Das basiert darauf, dass die CDU darauf vertrauen kann, dass wenn die SPD die Mehrheit hat, dass sie das dann nicht auch macht. Sondern das basiert darauf, dass alle sich in gewisser Art und Weise zurückhalten, und das bröckelt gerade nach und nach. Und das, finde ich, eine sehr gefährliche Entwicklung, die wir nicht noch befeuern sollten. Also, wenn man sagt, okay, da wird sich eh nicht mehr an demokratische Standards gehalten, Nancy Faeser jetzt mit ihrem neuen Beamtenrecht, mit dem Demokratiefördergesetz, andere rechtsstaatsfeindliche Vorschläge aus der SPD, die schon auf Anerkennung, Aberkennung von Staatsbürgerschaften hinauslaufen, also Sachen, die ja angeblich nur die böse AfD will, aber die vor kurzem die SPD vorgeschlagen hatte. Ich frage mich halt, ob die das im gleichen Maße durchziehen werden. Also, dass man jetzt sagt, die einen, die wollen irgendwie eine halbe Million Leute abschieben, aber die anderen, die wollen ja auch 100 abschieben, oder so ist jetzt fiktive Zahlen. Also, das ist ja nicht das Gleiche, dass man jetzt sagt, aber ja, die haben ja auch schon mal sowas gemacht. Das geht ja auch um die Anzahl der Leute, die sowas fordert, und um die Intensität. Ja, ja. Ja, das werden wir sehen. Also, wie gesagt, das Maximum dessen, was ich hier in der EU für möglich halte, ist tatsächlich so eine Regierung, wie sie Viktor Orban in Ungarn etabliert hat. Also, dass die Medien dann halt auf rechts gedreht werden, unter befreundeten Oligarchen aufgeteilt werden, dass man das Wahlrecht ändert, dass man die staatlichen Behörden hat dazu benutzt, um so eine Art rechte Cancel Culture zu etablieren. Aber da gibt es keine groß angelegte Remigration, kein groß angelegtes Ausscheiden des Rechtsstaats, keine Abschaffung demokratischer Wahlen. Also, es wird nicht viel schlimmer. Also, das Schlimmste, was von rechts heimlich möglich ist, wie gesagt, ich kann mich mit der Einschätzung irren, Adam Brinkpil bitte sachliche Argumente, warum ich mich irren sollte, ist sowas wie in Ungarn passiert. Also, das Gleiche, was wir gerade erleben, nur halt dann auf rechts gedreht. Also, aus unserer Sicht ist beides abzulehnen und gefährlich, aber, ja. 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 Ja.